Ja, ich stecke Autisten in Schubladen und ich bin überhaupt kein Freund von der Aussage, dass kein Autist so wäre wie ein anderer Autist. Tja, das ist natürlich eine sehr provokante Aussage, das weiß ich. Das ist eine Aussage, die dient mir natürlich auch zum einen als Aufhänger für dieses Video. Aber es ist vor allen Dingen eine Aussage, die für mich, ja, mit einem ganz, ganz wichtigen Gedanken im Hinblick auf unsere aktuelle Debatte, im Hinblick auf Autismus verknüpft ist. Und deswegen möchte ich dieses Statement, dass ich Autisten in Schubladen stecke, in Schubladen denke und dass ich übrigens auch der Meinung bin, dass andere das wieder mehr tun sollten, in diesem Video ein ganz bisschen genauer erläutern. Bevor ich das aber tue, muss ich eine ganz, ganz wichtige Sache ansprechen, die wir immer schon mal im Hinterkopf behalten sollten, bei allem, was ich jetzt gleich sagen werde. Nämlich, dass 50% aller Menschen mit der Diagnose Autismus eine falsch positive Diagnose auf Autismus haben. Das heißt, 50% aller der Personen, die eine Autismusdiagnose bereits erhalten haben, haben, wenn man sie nach strengen Kriterien noch einmal überprüfen würde, schlicht und ergreifend eine Falschdiagnose, haben ihre Diagnose zu Unrecht. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen da draußen laufen mit dem Label Autismus umher, sind aber gar keine Autisten. Wo nehme ich diese Zahl her? Ist das eine Zahl, die ich mir selber ausdenke? Nein, natürlich nicht. Das ist eine Zahl, die zum Beispiel vom Max-Planck-Institut stammt. Dort wird auf der Webseite vom Max-Planck-Institut eine Zahl von 40% ausgegeben, aller Menschen, die zum Max-Planck-Institut zur Diagnostik hingehen oder an Studien teilnehmen. Und wo sich dann am Ende herausstellt, hey, die haben zwar schon eine Diagnose, diese Diagnose ist aber falsch. Und mir gegenüber in einer ganz, ganz großen Studie vom Max-Planck-Institut in Göttingen, wo auch Diagnosen im ganz, ganz großen Stil noch einmal überprüft wurden, wurde mündlich sogar die Zahl 50% genannt. Da es sich herausgestellt hat, dass 50% aller Diagnosen falsch sind. Und ganz, ganz wichtig, Prof. Dr. Dr. Dose, einer der führenden Experten in Deutschland zum Thema Autismus, hat auch mir gegenüber bzw. in einem Artikel für meine Internetseite die Zahl von 50% an Falschdiagnosen im Hinblick auf Autismus genannt. Also diese Zahl, dass 50% aller Diagnosen falsch sind, das ist keine Zahl, die greife ich mir. Ja, die sauge ich mir aus den Fingern, die ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern das ist schlicht und ergreifend eine Zahl, die von führenden Experten, welche selber lange, viele Jahrzehnte in der Diagnostik tätig sind, so genannt wird. So, jetzt aber nochmal zurück zum Thema Autismus und Schubladen. Warum stecke ich oder warum bin ich der Meinung, man sollte Autisten wieder mehr in Schubladen stecken? Ja, wir haben momentan bei Fachleuten, bei Autoren und natürlich auch auf Social Media, ja, das dürfen wir hier wie immer nicht vergessen, eine Tendenz dazu zu sagen, kein Autist ist wie ein anderer. Da gibt es auch diesen Spruch, den man immer wieder hört, kennst du einen Autist, kennst du einen Autist. Das soll einfach aussagen, dass Autisten so individuell sind, dass man eigentlich praktisch überhaupt keine Aussage darüber machen kann, wie denn Autisten generell so sind. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz fatale Falschentwicklung. Das ist meiner Meinung nach eine extreme Überstrapazierung eines eigentlich guten Gedankens, nämlich, ja, Menschen mit der Diagnose Autismus so sehr in Schubladen zu stopfen, in die allerhinterste Ecke der Schublade Autismus, dass man ihre Individualität überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Jetzt haben wir allerdings eine Tendenz dazu, wo so sehr die einzelne Individualität betrachtet wird, und dass es nahezu verneint wird, dass mit Autismus überhaupt bestimmte für Autisten typische Eigenschaften verknüpft sind. Und das ist wirklich nicht der Fall. Es ist ganz, ganz wichtig, das zu betonen. Warum ist das nicht der Fall? Na, zum einen, damit die Diagnose Autismus gestellt werden kann, müssen alle Betroffenen oder alle, ja, zu Diagnostizierenden ja erst mal durch einen Diagnosetrichter von ganz eng umgrenzten, feststehenden Kriterien durchgehen. Und nur wer diese Kriterien erfüllt, der am Ende, ja, bekommt am Ende auch die Diagnose Autismus. Ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es, alleine deswegen schon davon auszugehen, dass alle, welche ihre Diagnose Autismus zu Recht haben, nach den strengen Kriterien des ICD-10, des ICD-11, des DSM-5, whatever, dass diese Menschen sich untereinander ein Stück weit mehr gleichen, als im Vergleich zu allen Menschen in der Gesellschaft. Aber es gibt noch eine ganz, ganz wichtige andere Sache, welche wir hier bedenken sollten. Natürlich kann man anhand von Studien, wenn man Autisten mit Nicht-Autisten vergleicht, über die, ja, kann man bestimmte, sehr wohl bestimmte Eigenschaften herausarbeiten, welche mit Autismus korrelieren. Ich gebe ein Beispiel. Wenn wir eine Studie haben mit 50 Autisten und 50 Nicht-Autisten, im Hinblick auf Reizfilterschwäche, es ist nur ein Beispiel, das ich jetzt bemühe, und bei dieser Studie kommt raus, dass 80 bis 90 Prozent aller derjenigen, welche Autismus haben, eine Reizfilterschwäche haben. Aber nur 20 bis 30 Prozent derjenigen, die kein Autismus haben, kann man durchaus diese beiden Gruppen im Hinblick auf die Eigenschaft Reizfilterschwäche ganz klar voneinander unterscheiden und kann sagen, ja, Reizfilterschwäche, das korreliert sehr viel mehr mit Autismus als mit, ja, neurotypischen Menschen. Und deswegen ist Reizfilterschwäche eine Eigenschaft, welche wir typischerweise bei Autisten vorfinden, zumindestens aber viel, viel mehr als bei Menschen, die keinen Autismus haben. Und das können wir natürlich mit allen Eigenschaften so durchexerzieren und können somit selbstverständlich typische Eigenschaften herausarbeiten, welche, ja, zu autistischen Menschen gehören. Ja, jetzt, und jetzt werdet ihr auch gleich verstehen, warum ich das Thema mit den Falschdiagnosen angesprochen habe. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass dieses Paradigma, das mit Autismus, dass jeder Autist hyper-, also ganz individuell ist, dass man dem Phänomen Autismus fast überhaupt keine typischen Eigenschaften zuordnen kann und es vielleicht auch gar nicht sollte, ähm, das bedient natürlich gerade jene Menschen, welche zum Beispiel eine Diagnose auf Autismus anstreben, obwohl sie nach den strengen Kriterien des ICD-10, 11 oder DSM-5 keinen Autismus, äh, hätten. Und dass diese Leute dann eben doch als Autisten durch die Gesellschaft, durchs Leben gehen. Das ist hier eine Sache, die ist ganz, ganz wichtig. Und auch nochmal, hier schauen wir nochmal rein in den Artikel von Prof. Dr. Dr. Dose, ähm, wo es so um das, um die, ja, um das Überthema Modediagnose im Hinblick auf Autismus, ähm, geht. Da beschreibt Dr. Dose, ähm, wie doch tatsächlich viele, viele Menschen in die Diagnostik zu ihm gehen und regelrecht darum bitten, eine Diagnose auf Autismus bekommen zu können, die ihm schildern. Ich war schon bei so und so vielen Diagnostikern. Alle haben gesagt, dass ich keinen Autismus habe, aber Sie, bitte, bitte geben Sie mir doch die Diagnose Autismus. Ich wünsche mir die Diagnose Autismus so, so sehr. Und das ist auch keine Sache, die nur Prof. Dr. Dr. Dose, ähm, äh, als Erfahrung gemacht hat. Das ist eine Sache, die hören wir seit in etwa zehn Jahren, ganz grob geschätzt würde ich sagen, ähm, von vielen Stellen. Ganz, ganz viele Diagnostiker erzählen, ähm, dass sie ähnliche Erfahrungen machen, dass es viele Menschen gibt, die in die Diagnostik gehen und regelrecht um die Diagnose, um das Label Autismus betteln. So, warum ist das schlecht? Warum kann man nicht den Menschen einfach das Label Autismus geben, ähm, wenn sie es sich so sehr wünschen? Ähm, warum muss man so penibel an den Diagnose-Kriterien festhalten? Ähm, ja, kann man nicht einfach diese Menschen, die gerne das Label Autismus hätten, einfach damit glücklich machen, dass man es ihnen gibt? Nein, denn damit sind natürlich ganz, ganz viele weitere Probleme verbunden. Das erste Problem ist natürlich, dass wir sowieso aktuell einen extremen Versorgungsengpass haben im Hinblick auf psychotherapeutische Versorgung von Autisten, äh, Coaching-Versorgung von Autisten, grundsätzliche Hilfsleistungen für Autisten, ähm, und dass, wenn wir natürlich viele Menschen haben, die mit der Diagnose Autismus solche Hilfen und solche Leistungen in Anspruch nehmen, von denen aber die Hälfte gar keine Autisten sind, ja, dann könnte man diesen Versorgungsengpass für die tatsächlichen Autisten natürlich massiv, wirklich massiv, ähm, äh, ja, reduzieren, die Versorgung verbessern, äh, wenn man tatsächlich streng diagnostizieren würde, wenn man tatsächlich nur die Leute versorgen würde, die auch tatsächlich Autismus haben und nicht die Leute, die eine Falschdiagnose auf Autismus haben. Das ist eine Sache. Ähm, natürlich ist es ganz, ganz klar, dass, wenn jemand eine Falschdiagnose auf Autismus hat, dass es natürlich auch nicht unbedingt die Situation, ähm, verbessert, ihm individuell weiterhelfen zu können, denn es ist ja ein Vorteil, es ist ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn wir wissen, dass mit Autismus typischerweise bestimmte Eigenschaften verknüpft sind und wir deswegen schon ganz, ganz dolle vermuten dürfen, dass wenn eine Person mit der Diagnose Autismus vorstellig wird, dass er dann auch diese Eigenschaft hat. Das ist eine Abkürzung. Das ist eine massive Abkürzung dahingehend, die richtigen Hilfen für eine Person herauszufinden. Ganz, ganz wichtig. Ja, das heißt, nicht ihm Hilfen aufzuzwingen, die dann bei einem zweiten Blick, bei einer zweiten Betrachtung dann für ihn dann doch nicht passen. Ja, aber erstmal davon auszugehen oder zu wissen, es gibt typische Eigenschaften von Autisten. Das ist eine Erleichterung. Das hilft dabei, die richtigen Hilfen für diese Menschen, ähm, zu finden. Ganz, ganz wichtig. Und eine letzte Sache, auch von Professor Dose im Artikel, ich verlinke euch den mal in der Videobeschreibung, falls ihr den lesen wollt und es noch nicht gemacht habt, angesprochen hat, aber auch eine Sache, die ich schon häufig hier auf YouTube angesprochen habe, noch bevor der Artikel bei mir veröffentlicht wurde, ähm, der ist noch gar nicht so übermäßig alt, ähm, ist das schlicht und ergreifend. Wir immer noch im Dunkeln tappen, was ist Autismus überhaupt? Die Forschung weiß noch nicht, die Wissenschaft weiß noch nicht, hat noch nicht vollständig begriffen, was ist Autismus überhaupt? Und wir müssen uns immer vorstellen, ganz wichtig, dass natürlich, wenn Menschen an Studien teilnehmen, für die autistische Probanden gesucht werden, welche aber in Wahrheit gar keinen Autismus haben, die eine falsch positive, äh, Diagnose auf Autismus haben, aber als Autisten dort teilnehmen, dann wird natürlich auch das Ergebnis der Studie verfälscht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn 50 Prozent, ähm, aller Menschen mit Autismus, die eine Diagnose haben, falsch diagnostiziert sind, ähm, dann werden diese Studien mitunter massivst verfälscht. Und man muss auch dazu wissen, dass die meisten, die Studien zum Thema Autismus machen, ähm, nicht das Geld haben, bei jedem Probanden die Diagnose noch einmal gründlich zu überprüfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man an so einer Studie teilnehmen möchte, dann muss man in aller Regel nur, ähm, ja, seine Diagnose, seinen, seinen Diagnosebogen, den man irgendwann mal bekommen hat, vorlegen. Und dann reicht das denjenigen, welche diese Studie, äh, machen, aus. Das heißt, auch die Forschung tritt auf der Stelle, wenn wir nicht auch die Rate natürlich an Menschen, welche mit dem Label-Autismus durch die Gesellschaft, durchs Leben gehen, ähm, reduzieren können, die aber gar keine Autisten sind. Gut. Ja, das ist der Grund, warum ich durchaus dafür bin, Autisten in Schubladen einzuordnen. Wie gesagt, nochmal, nicht, dass das hier missverstanden wird. Das ist immer das Risiko, wenn man am Anfang des Videos so einen heftigen Trigger verwendet. Klar, da muss man damit rechnen, dass nicht alle Leute, ähm, dann den, den Twist, äh, den ich jetzt hier mache, äh, den zum einen verstehen, oder bis zu dieser Stelle des Videos noch schauen. Und gut, das muss ich auf mich nehmen, ähm, nochmal, dass wenn ich sage, wir sollen Autisten in Schubladen stecken, dann bedeutet das nicht, dann sage ich damit nicht, dass wir sie ganz, ganz tief in die hinterste Ecke dieser Schublade stecken sollten. Und einfach sagen sollten, ja, Autisten, die haben doch alle eine Reizfilterschwäche. Und wenn dann ein Autist kommt, der aber gar keine Reizfilterschwäche hat, dann darauf zu beharren, dass er sie doch hat. Nur weil er Autist ist. So ist das nicht gemein. Aber wir sollten uns wirklich, ähm, bei der Diagnostik sowieso an die strengen Diagnosenkriterien halten. Das ist meiner Meinung nach das eine. Und zum anderen dürfen wir auch allgemeine Aussagen mal über das Phänomen Autismus machen. Denn wenn wir das nicht tun, dann löst sich ja dieses ganze Label Autismus vollständig auf. Wenn wir sogar so weit gehen und sagen, jeder Autist ist verschieden und Autisten haben ja in Wahrheit gar keine Eigenschaften, welche auf alle Autisten zutreffen, ja, was ist dann Autismus? Dann können wir den Begriff auch streichen. Dann weiß ich nicht, warum wir überhaupt eine Diagnose auf Autismus machen sollten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle zu verstehen. Und deswegen wehre ich mich gegen die Überstrapazierung Autisten alle als, ja, wirklich als grundverschieden zu sehen. Und kein Autist ist wie ein anderer Autist. Oh doch, Autisten sind sich mitunter sehr, sehr ähnlich. Sie haben alle Probleme, was das Soziale anbelangt, die soziale Interaktion. Die meisten Autisten haben eine Reizfilterschwäche oder Wahrnehmungsbesonderheiten und so weiter und so fort. Und das dürfen wir doch auch in diesem Video auch einmal feststellen. Ich bedanke mich für die wohlwollende Aufnahme meiner mit Sicherheit nicht ganz unstrittigen Message. Ihr dürft gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich bedanke mich natürlich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Nehmt mir meine deutlichen Worte oder auch, ja, nehmt mir meine Meinung nicht übel. Wie immer haltet die Ohren steif. Abonniert gerne diesen Kanal für das Thema Autismus. Unterstützt mich gerne mit einer Kanalmitgliedschaft, wenn ihr das möchtet. Und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.